Musik So ein Gerät können Sie jetzt dann gerade gewinnen. Sie müssen nur noch wissen, was es überhaupt ist. So viel kann ich Ihnen schon verraten. Es ist brandneu, es ist keine Mikrowelle und kein Backhofen. Der Schnellkochtopf ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil jeder Küche. Modelle von 1949, über die 60er, 70er, 80er Jahre bis in die heutige Zeit belegen den grossen, fortlaufenden Erfolg. Kuhn Rikon hat nun den Schnellkochtopf komplett neu erfunden. Duromatic Relax Power Steamer heisst das brandneue Gerät und sieht so gar nicht mehr nach Topf aus. Georg Kasper weiss, was es mit dem Relax auf sich hat. Im hermetisch verschlissbaren Dampfgarraum kann von 40 bis 120 Grad Gemüse, Fisch, Fleisch, Reis oder auch ein Frühstück sein. Jederzeit automatisch mit über 100 Kochprogrammen zubereitet werden. Die Benutzung ist bestechend einfach. Gemüse wird zum Beispiel direkt in eine gelochte Edelstahlgarschale angerichtet und dann in den Powersteamer geschoben. Über den grossen Farbtouchscreen kann unkompliziert die gewünschte Dampfdruckgar-Methode gewählt werden. Karottenstäbchen sind bei 120 Grad und Brokkoli bei 100 Grad nach nur 5 Minuten gar. Nach dem Garen kommt die Edelstahlgarschale direkt in eine neu entwickelte Servierwarmhalteschale und kann so aufgetischt werden. Der Powersteamer unterscheidet sich von der herkömmlichen Dampfgar, dadurch, dass es einen Druck aufbaut. Das ist sehr wichtig, weil dadurch, dass sich die Kochzeit bis auf einen Drittel reduziert. Und das ist ein sehr entscheidender Vorteil gegenüber einem Dampfgarer. Aber nur schnelleres Kochen ist heute natürlich nicht genug. Auch der Genuss und die Bekömmlichkeit sind ein äusserst wichtiges Thema. Mit dem Powersteamer liegt man hier ebenfalls richtig. Vitamine und Mineralstoffe werden beim herkömmlichen Kochen im Wasser zu einem grossen Teil zerstört oder ausgeschwemmt. Beim Powersteamer, dort haben wir zum Beispiel Blumenkohl, wird im herkömmlichen Kochen zu 47% ausgeschwemmt oder zerstört. Und im Powersteamer wird das nur mit 11%. Das heisst, es ist ein bedeutender Unterschied gegenüber dem herkömmlichen Kochen. Ebenfalls geschont wird die Umwelt. Dank der kürzeren Garzeit und des isolierten Garraumes wird rund 70% weniger Energie fürs Kochen benötigt. Über 100 Kochprogramme lassen sich problemlos anwählen und garantieren ein perfektes Gelingen. Bei Bedarf können die Rezepte aber selbstverständlich an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden. Nach der Änderung wird beim nächsten Gebrauch die schon gespeicherte Einstellung verwendet. Die Reinigung des RELAX ist denkbar einfach. Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden einen persönlichen Kochassistent zur Verfügung stellen. Mit der intuitiven Bedienung ist es sehr einfach, das Gerät zu bedienen. Man kann auch seine Einstellungen, die wir jetzt verändern, sehr einfach auf die persönlichen Vorlieben anpassen. Das heisst, man kann auf einfache Art gesund, schnell und erst noch energieesparend sein zu Nacht oder Mittag zu bereiten. Mehr als 60 Jahre Erfahrung von Kuhn Rikon im Dampfdruck kochen, kombiniert mit neuester Steamer-Technik. Die Schweizer Firma hat mit dem Duromatic Relax Power Steamer ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wir verlassen jetzt einen Duromatic Relax Power Steamer von Kuhn Rikon im Wert von 5'900 Franken. Wenn Sie am Wettbewerb teilnehmen wollen, dann gehen Sie auf homegate.ch. Ich wünsche Ihnen schon jetzt viel Glück. Kuhn Rikon 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 Rik Vielen Dank.